Ich nehme mir nur, was mir zusteht. Nachdem Sie das Erbe meiner Mutter ja nicht freiwillig rausgerückt haben, bleibt mir nichts anderes übrig. Sie legen sofort das Geld zurück. Das gehört im Hotel. Nein, das gehört mir. Ich habe einen Anspruch darauf. Nichts haben Sie. Das ist Diebstahl. Wie kommen Sie überhaupt an die Kombination? Wer es nicht im Kopf hat, der hat es in der Schublade. Und Sie können froh sein, dass ich mir nur 10.000 genommen habe. Den Rest, den schenke ich Ihnen. Auf Wiedersehen. Da stehen Sie sich. Gehen Sie weg, oder? Oder was? Wollen Sie mir auch ein Zimmer in den Schädel ziehen, wie Ihre Mutter? Ja, so eine Frau war Ihre Mutter eine Mörderin. Und Sie sind im Begriff, in Ihre Fußstapfen zu treten. Ich bin nicht wie meine Mutter. Genauso skrupulose Geldkirchen sind Sie ja schon. Na, sehen Sie sich doch an. Was kommt denn als nächstes? Wort? Ich würde nie. Ich wollte nur... Hier. Wohnein, wir sind noch nicht fertig. Sie packen jetzt sofort Ihre Sache und verschwinden von hier. Sie sind entlassen. Fristlos. Also, wenn wir uns jetzt hier festquatschen, dann... dann kommen wir heute überhaupt nicht mehr weg. Du hast mir eine Frage noch nicht beantwortet. Welche Frage denn? Ob ich dich gern habe? Natürlich habe ich dich gern. Sonst wäre ich ja nicht hier. Hast du auch plötzlich so einen Riesenhunger wie ich? Du wolltest mich nicht verstehen, ja? Wieso hast du plötzlich keinen Appetit mehr? Doch, aber... Ach, komm. Wenn wir jetzt nicht losgehen, dann... dann wird es dunkel, bevor wir loskommen. Und dann können wir die Wanderung nicht mehr machen und das Picknick können wir dann auch vergessen. Von mir aus. Na also, komm. Komm. So eine Frau war ihre Mutter eine Mörderin. Und Sie sind im Begriff, in Ihren Fußstapfen zu treten. Nein. So bin ich nicht. Hallo, Herr Spurne. Ich dachte, Sie wären längst nach Brömerhaven unterwegs. Es hat sich anders ergeben. Ich war gerade im Dorf und hat mir was zum Anziehen gekauft. Ich fange nämlich bei Frau Dr. Konopka als Sprechstundehilfe an. Dann bleiben Sie hier? Ja, ich freue mich. Ich... ich fühle mich hier so wohl. Die Spurne, was ist denn los? Wenn Sie reden wollen, ich... Ich bin gut im Zuhören. Das habe ich gekauft und damit den größten Fehler meines Lebens gemacht. Aber der Schmuck ist schön. Dafür habe ich das Geld meines besten Freundes auf den Kopf gehauen. Und weil ich ihm die Kohle nicht zurückgeben kann, muss er vielleicht seine neue Firma aufgeben. Ich kann nicht mehr. Ich glaube, ich muss ihn mir hinlegen. Du? Ich habe noch gar nichts von den Trauben gegessen. Man kann fast glauben, du hast seit Tagen nichts mehr gegessen. Es tut gut hier, gell? Schlaff bloß nicht ein. Wir haben noch einen ziemlich langen Rückweg vor uns. Also, mit vollem Magen, da mache ich keinen Schritt mehr. Was hältst du davon, wenn wir langsam den... den Champagner köpfen? Einen Schnaps wäre mir ehrlich gesagt lieber. Ja, dann leg dich lieber hin, wenn du schlecht bist. Mir ist nicht schlecht. Emma? Alles in Ordnung? Ich glaube, mir ist doch schlecht. Wir haben noch einen Tee da, wenn du es magst. Lass mal. Nee, danke, du. Ich gehe lieber heim. Dann komm hier mit. Nee, du. Ich schaffe das schon allein. Danke. Echt blöd. Tut mir leid. Die Kette ist wirklich wunderschön. Und Sie kennen wirklich jemanden, der mir den Schmuck abkaufen würde? Was soll er denn kosten? 10.000. So viel habe ich dafür bezahlt. Gefallen wird sie mir schon. Darf ich sie mal anlegen? Sie wollen den Schmuck für sich? Ja, warum denn nicht? Besser nicht. Aber wieso? Vielleicht schenke ich ihn doch lieber meiner Großmutter. Die freut sich doch darüber. Oder ich finde einen Trödler. Aber ich zahle Ihnen den vollen Preis. Wer weiß, ob der Schmuck überhaupt echt ist. Da kriegt man ein bisschen Ausschlag. Nickelallergie und so. Könnte es sein, dass Sie den Schmuck gar nicht verkaufen wollen? Ja. Nein. Doch, doch. Aber nicht an mich. Nein. Wie kommen Sie denn darauf? Weil Sie mir auf einmal ausreden wollen. Warum haben Sie den Schmuck denn überhaupt gekauft? Er hat meiner Mutter gehört. Die vor kurzem gestorben ist? Nein. Meiner leidlichen Mutter. Dann haben Sie also doch was über Sie rausgekriegt. Nicht viel. Nur, dass sie auch tot ist. Oh mein Gott, es tut mir leid. Deshalb habe ich den Schmuck ja überhaupt erst gekauft. Ich wollte unbedingt etwas von ihr haben. Ich kannte sie doch nicht. Verstehen Sie das? Ja, natürlich. Jeder will auch wissen, wo er herkommt und wer er ist. Und man braucht Erinnerungen, an die man sich festhalten kann. Also, Herr Spurnheim, wann müssen Sie Ihrem Freund das Geld zurückgeben? Ich habe gestern einen echten Grizzly gesehen, als ich mit Vater wieder in den Bergen war. Schwesterchen? Du sagst ja gar nichts. Doch, doch. Was ist denn los mit dir? Hey, bist du noch da? Ach, was soll's. Dir kann ich eh nichts vormachen. Ich habe Angst. Wovor? Die Blutuntersuchung. Ich weiß nicht, ich habe ein ganz schlechtes Gefühl. Wann bekommst du denn die Ergebnisse? Übermorgen. Diese Ungewissheit. Ich konnte die ganze Nacht nicht sterben. Okay, hör zu. Ich komme zurück nach Deutschland. Ich glaube, die St. Lawrence Air hat morgen eine Frühmaschine. Aber Felix, du... Nein, kein Aber, keine Widerrede. Ich kann dich doch jetzt nicht allein lassen. Ich weiß gar nicht, wie ich dir dafür danken soll. Ich rufe dich an, wenn ich in München bin. Schwesterchen. Du bist morg und steif. Ich habe dich lieb. Gut. Bis morgen. Ich freue mich. Moment. Moment. Ja? Hallo, Frau Taresch. Geht es Ihnen nicht gut? Im Gegenteil. Felix hat gerade angerufen und gesagt, dass er morgen zurückkommt aus Kanada. Ach, wie schön. Ach, ich wollte Ihnen das Beruhigungsmittel vorbeibringen, um das Sie mich gebeten hatten. Danke, aber das brauche ich wahrscheinlich gar nicht mehr, jetzt wo Felix heimkommt. Wer weiß, vielleicht... Vielleicht wird ja doch bald alles gut. Vielen Dank.